Möchten Sie sich von der traditionellen Energiegewinnung unabhängig machen, etwas Gutes für die Umwelt tun und dabei sogar noch Ihre Energiekosten senken? Mit Solarstrom ist das ganz einfach. Durch selbst produzierten Strom sind Sie nicht auf die steigenden Strompreise angewiesen und können dank attraktiver Einspeisevergütungen sogar noch von langfristiger Rendite profitieren. Und das alles muss nicht kompliziert sein, denn wir von ATON Solarstrom bringen verschiedenste Solarkomplettlösungen direkt zu Ihnen nach Hause. Unsere Experten beraten Sie gerne kostenlos zu unseren endkundenorientierten Solarstromanlagen, sodass Sie das passende Produkt für Ihr Zuhause auswählen und dann ganz einfach in unserem Onlineshop bestellen können. Unsere Photovoltaikanlagen sind auch ohne professionelle Monteure oder Elektriker schnell anzubringen, langfristig wartungsfrei und auch beim Umzug ganz einfach abhängbar und mitzunehmen. Nehmen Sie Ihre Stromversorgung selbst in die Hand, denn mit uns können Sie die unbegrenzte und obendrein kostenlose Kraft der Sonne nachhaltig nutzen. ATON – für Sie und für die Umwelt. ATON – für Sie und für die Lage. Vielen Dank.